Hallo, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video auf Bußgeldkatalog.org. Diesmal klären wir die Frage, wie läuft eine MPU ab? Die MPU besteht insgesamt aus drei Teilen. Dem medizinischen Teil, einer psychologischen Untersuchung und einem psychophysiologischen Leistungstest. Die genaue Reihenfolge kann dabei variieren. Die medizinische Untersuchung. Bei der medizinischen Untersuchung wird erstmal geprüft, ob es Hinweise auf gesundheitliche Mängel gibt, die die Fahreignung einschränken könnten. Im Falle einer Drogen- oder Alkoholfahrt muss herausgefunden werden, ob der Betroffene durch missbräuchlichen Konsum vielleicht Gesundheitsschäden erlitten hat. Übrigens, der eigentlichen MPU geht, falls ein Substanzmissbrauch vorlag, in der Regel ein Abstinenzprogramm voraus. Dieses Programm kann unterschiedlich lang sein. Die psychologische Untersuchung. Beim Gespräch mit dem Psychologen müsst ihr auspacken. Es geht hier zum Beispiel um eure sozialen Hintergründe. Also beispielsweise eure Kindheit, euer soziales Umfeld und berufliche Situationen. Der Psychologe möchte aber auch wissen, wie ihr eure Tat einschätzt. Gemeint ist die Tat, die die MPU-Anordnung zur Folge hatte. Warum ist es dazu gekommen? Seht ihr ein, dass ihr einen Fehler gemacht habt? Liegt eventuell eine Suchterkrankung vor? Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Abhängigkeit in den Griff zu bekommen? Für den Psychologen ist natürlich außerdem wichtig, wie ihr sicherstellen wollt, dass entsprechende Verstöße in Zukunft nicht mehr vorkommen. Alles in allem möchte er also sehen, ob ihr euch selbstkritisch mit dem eigenen Handeln auseinandergesetzt und euer Verhalten entsprechend verändert habt. Der Psychophysiologische Leistungstest. Dieser Leistungstest soll eure Reaktion und Konzentrationsfähigkeit auf die Probe stellen. Hierzu bekommt ihr verschiedene Testaufgaben. Zum Beispiel wird nur für Sekundenbruchteile ein Bild eingeblendet und ihr müsst anschließend angeben, was ihr gesehen habt. Habt ihr Ampeln gesehen, Fußgänger, Radfahrer oder vielleicht alles gleichzeitig? Auch die Reaktion und Koordination von Händen und Füßen werden geprüft. Das geschieht durch verschiedene optische und akustische Signale, bei denen ihr jeweils das entsprechende Pedal oder eine Taste betätigen müsst. Wie lange dauert eine MPU? Im Schnitt braucht ihr für die gesamte MPU etwa drei bis vier Stunden. Alle drei Teile müsst ihr an einem Tag absolvieren. Seid ihr mit allen drei Teilen durch, heißt es abwarten. Während manche nach Abschluss der MPU umgehend Bescheid bekommen, ob sie diese bestanden haben, müssen andere mehrere Wochen warten, bis das Gutachten vorliegt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte eure offenen Fragen klären. Lasst uns in diesem Fall gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.